Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Wir haben bei 7,7% aufgehört und springen natürlich auch direkt in die nächste Mission von Grievous rein. Und zwar jetzt in den Fängen von Grievous. Hier sollten wir Kid Fistu und Nadar spielen. Und denke ich mal auch ein Klon eventuell. Genau, hier haben wir Nadar Web. Und Commander, Commander Phil. Jetzt warten wir hier auf Kid Fistu und da ist er. Ja, bei mir war das immer so, dass bei seiner Lego-Figur der Kopf abgefallen ist. Der Kopf war nicht so fest, weil sein Kopf war ja, ich weiß nicht, was immer noch so ist bei den neuen Figuren, aber früher, vor ein paar Jahren, da war sein Kopf relativ locker und auch nur aus Gummi. Aber ja. So, mal grünes Lichtschwert hier. ZF in Rückwärtsjump. Okay, cool. Ja, aber ich bin relativ schnell. Relativ flott unterwegs hier. Und hoha. Und ich steige hier. Boah, da würde ich schon gerne hin. Oh nein. Perfekt. Das geht ja schon mal gut los hier mit den Münzen. Dann gehen wir mal hier weiter. So, das machen wir gleich alles. Hier können wir erstmal noch, genau hier mit ein paar Klone. Stimmt, früher können wir uns das Ding an der Seite auch Klone befähigen. Deswegen hatten die gerade da so was Rotes über dem Kopf. Achso. Achso, ich muss den hier nehmen. So, dann, wie mache ich das? B. Die laufen dann alle hinterher. Wir müssen aber erstmal Kit Fisto wieder spielen. Denn. Da war etwas mit der Macht zu machen. Hier. Achso. Oh, okay. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Moment, hier geht mal wieder um. Äh, wo war denn das gerade? Hier, ne? Das ist eigentlich der Aufkrieg für Commander Phil. Zum Eingreifen. Wie zum Eingreifen, Leute. Vielleicht habe ich es jetzt? Ja, ich habe es. Jetzt habe ich die Idee, so... ...meine Mates da auch mal rausschießen. So, und jetzt haben wir so ein Schnellschuss-Ding anscheinend. Genau. Oh, Leute. Ui. Der Schiff. Das war wahrscheinlich ein bisschen lustig gerade für die, die Leute, die das eigentlich wissen, was man hier machen muss. Das kommt hier unten hin. Perfekt. Und rein in Reels-Festung. Die Klonen machen ja nicht. Das muss ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Zack. Und dann. Son. Eine Serie. Vize-König Gunray. Boah. Als Hologramm natürlich, aber auch nicht. Oh, dann drehen wir uns ja mal rein. Und hoch. Kostetriere dich. Oh, ein schöner Kill hier. Okay, da brauche ich dann wieder die dunkle Seite. Okay. Oh, jetzt guckt's euch an. Guckt's euch an. Und einmal. Okay, schade. Okay, jetzt hätte ich mir jetzt irgendwie ein Flieger-Fugsch. Okay. Das habe ich dann. Ja, gut. Vielleicht ein bisschen zu unlustig gestaltet. Ach, fiese König, der jetzt häkelt. Oder sch... Whatever, was das war. Die Steine würde ich eigentlich doch gerne noch mal einsüllen hier. Zack. Weiter geht's. Weil ich jetzt hier schon ein Goat habe. Nö. Ja gut, das ist alles für später hier. Dafür würde man dann irgendwas kriegen, wenn man das bei jedem macht. Aber dafür brauchen wir natürlich die dunkle Seite. Und die haben wir nicht. Das ist natürlich dann nicht so cool. Das ist ja gut. Gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Perfekt. Ich hab weiß was. Hallo. So. Regeln wir das einfach mal. Jetzt hol ich nur noch den anderen Arm. Doch nur wo ist er? Jetzt hol ich mir erstmal ein paar Steine. Stuts. Okay. Wahrscheinlich hier. Ah, okay. Er lag da die ganze Zeit. Wow. So, dann öffnet sich die Tür wohl auch. Ah ne, jetzt fehlt sein Körper. Lass ich mir da von oben holen. Oh, da liegt der hier auch noch drin. Hier wahrscheinlich drinnen, ne? Sehr schön. Und lasst mich rein. Okay. Dafür brauche ich jetzt aber das hier, was hier ist. so schwächer ist. Ja. Okay. Jetzt aber wahrscheinlich. Ja. Oh, viele Steine. Die krieg ich alle gar nicht. Schade. Oh, jetzt hab ich hier einen Double Lightsaber. Ja. Ja. Komm mal. Da müssen wir jetzt auch ihn werfen. Ja. 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 Ja, ein Minikit. Davon müssen wir wieder runter springen. Trennenbauten, oder was? Das ist wahrscheinlich das Unterstück hier. Was könnte das sein? Nee. Warte, lass mal weg da! Warte, lass mal weg! Das könnte man machen. Aua! Jawoll! Ich gucke hier gar nicht mehr hoch, oder was? Das heißt, wenn das nicht mal fest ist, dann ist das ja falsch. Oder? Was? 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 Ich würde eigentlich noch mal gerne da hoch wieder. Was? 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 Oh shit, gut Jungs. Und haben wir ihn schon. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein Jedi. Oh ne, so viele Steine. Sehr schön. Und jetzt müssen wir ihn nicht mehr so kriegen. Ne. Werf mal da das machen. Wow, alter. Ne, da muss ich noch wechseln, dass wir da loslassen. Jetzt sind wir aber beide da und runter gefangen. Das war der Low gerade. Oh nein. Ja, jetzt ist Phil natürlich gestorben. Wie auch in der Serie leider. Und Phil ist auch tot. Oh Gott. Oh Gott. Schade. Damit werden wir noch zu... ...dick eigentlich. Es sei denn, die haben die anderen Klone jetzt auch gelöscht. Clashed. Schade. 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 Ich bin nicht drin bleiben, oder? Nee, da muss er aufpassen. Und dann schnell rein damit sein, okay, schade. Aber 60.000 fast ist auch schon eine Letzte. Können wir das wieder rausnehmen und das wahrscheinlich dann... Oh, schön. Ein Minikit. Ein Minikit. Hallo. Was muss ich jetzt machen? Schock. Okay. Okay, den sollten wir wahrscheinlich hier aufplacen. Hä? Wo soll der echt hier rauf? Und der da ran. Jetzt kommt der wieder hier rein. Jetzt kommt gleich R7. Ja, ich denke schon. Hallo, hier. Ja. Oh. Oh. Ach so, jetzt springt wahrscheinlich Nadar wieder da rüber. Ja, okay. So töten sie ihn anscheinend. Und weg! So, das war's dann. Na da, Kit Fisto und Commander Phil gibt's, denke ich mal, jetzt. Oh, da gibt's noch so. Ach so, den Raketentruppler wahrscheinlich. Genau. Sperre Waffe. Coole Sache. Die Charaktere, die wir mittlerweile schon haben. Fast 50% ist okay, ohne den Roten Stein. So, 255.000 haben wir jetzt. Ein Minikit haben wir hier auch gefunden. Und da würde ich sagen, war's das auch schon wieder mit in diesem Level. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. disciplinas aufs Bauch im